mal militärische musik Ein bisschen ausduschen, das ist das, was meine Bühne ist. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Ein Olympiasieger unter uns, Sandro Villetta. Sandro kenne ich seit er siebenjährig ist. Er war immer in allem der Beste. Danke sehr. Andere, Deke, Sie sind für die Zeit gesteckt. Für mich persönlich ein absoluter Gewinn. Ich komme nächstes Jahr gerne wieder viele gute Leute zu treffen. Gute Gespräche. Ich finde es ein super sachte Austausch zwischen uns Händler und Lieferanten. Und ich würde hier weiterhin in Zukunft begrüssen. Das war eine super Sache, weil der Handel und der Industrie zusammen uns gut austauschen konnten. Und so viele Supersportler auf einem Platz war natürlich auch cool. Für mich eine gelungene Veranstaltung von den zwei Verbänden zusammen. Eine super Stimmung auf dem Schiff. Ein gutes Essen. Es hat heute alles gepasst. E in Zukunft zurück. Ein Glasfook an. Seitens paiate auch wieder. 5, beencien. Yplus fiel. Gast 500 Punkte auch prima. Bis zum Schiff! Kinder auf talen лайke. Ch malemactive. Schnellen. Von der Halsf sorta. Lied Herzch. F kolservice. Was